So, also, das ist der dritte Zeitraum, über die Europäer, hier der Schätze, auch über die Reihe, Simon Lübber, von der MTG Marien, aber auch das, was wiederum auf der Europäer Kühnberg, von der Elisabeth Lübber, auch eben 1.50 Uhr, die wir jetzt beobachten. Und nachdem muss ich Ihnen hier eine wunderbare Flasche, wenn die Jusis hinkommen. Komm, auf links. Aber die Jusis, 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 die Jusis. Vielen Dank. Vielen Dank.